es ist grün donnerstag es ist der 14 vierte es ist wieder ein donnerstag es ist wieder 19 uhr und zeit hier bei spin und speed für einen instagram live stream die wir machen heute wollen wir euch besser machen mit besser tischtennis und da haben wir uns einen der beiden jungs hier hergeholt er ist auch schon im stream guten abend und hallo grüß dich grüß dich verstehst du mich gut hörst du mich super wunderbar erst mal vielen vielen dank ich auch gut verstanden wunderbar erst mal danke dir dass du die 30 minuten die zeit nimmst hier mit uns ein bisschen zu zu quatschen erste frage es haben wahrscheinlich viele mitbekommen dich hat es erwischt auch wie geht es dir ja ich hatte letzte woche war es glaube ich corona ja es ging also ich war tatsächlich ein tag lag ich wirklich flach ja aber darüber hinaus war es mehr eine erkältung die nächsten zwei bis drei tage und ansonsten war ich noch daheim einfach ja ein bisschen in diesem in diesem trotz sage ich mal in wem man dann drin ist wenn man halt einfach ja dann auch daheim ist aber ansonsten ja ging das ging das sehr sehr gut vorüber bin ich auch sehr froh drüber du hast dich ja quasi in der story schon entschuldigt dass keine neuen videos kommen weil du halt krank warst aber da werden wir uns hoffentlich bald wieder auf viele viele neuen videos freuen ich war ja sogar fit ich wollte ja sogar aufnehmen ja aber ich durfte nicht meine tests waren dann noch länger positiv als ich als ich eigentlich dachte und wollte und ich nehme immer donnerstag abends auf damit eine leere und freie halle haben und deswegen hat mich das so richtig geärgert ich bin jetzt auch direkt auf 20 uhr danach ich bin dann runter und alles von heute zur woche nach ja also da wird auf jeden fall wieder wieder was kommen worauf wir uns freuen können vielleicht vorab stell dich doch einfach mal kurz vor jetzt erst mal nur über deine person doch gar nicht so sehr über das das drumherum okay ich bin 21 jahre alt ich komme aus basicheim das ist ein großraum stuttgart in baden-württemberg und studiere aktuell noch gesundheitsförderung in schwäbisch münd ich gehe jetzt ins sechste semester bin dann quasi bald fertig und nebenbei mache ich hier bessere tischtennis spiel aber auch privat noch sehr aktiv ja wo spielst du zu heimatverein im basicheim noch welche welche liga ist das und spielt ihr noch aktuell eine runde oder ist auch bei euch abgebrochen ich spiel in der bezirksliga bezirksliga vorne und bei uns hat man gesagt wir werden eine halbrunde und hat dann ja die runde damit quasi abgebrochen ja bei den kids hat man gesagt wir machen ein spielangebot da haben wir quasi so ein bisschen auf freiwilliger basis eine rückrunde gespielt haben die liegen in zwei hälften geteilt die obere und die untere hälfte durften dann untereinander quasi noch mal gegeneinander spielen unter selbst terminierung der spiel dann aber bei den herren wurde es dann abgebrochen da hat dann ja einfach runde gezählt ja und welchen tabellenplatz habt ihr überlegt wie sieht es aus wir konnten den klassen erhalt gerade noch festmachen ja also gegen den abschied gespielt das konnten wir jetzt so weit verhindern saison ziel erreicht nicht ganz nicht ganz wir hatten wir hatten wir hatten einige ausfälle ich glaube konnten nur zweimal vollständig spielen oder warst du da nur einmal ich weiß nicht diese ein oder zwei male konnten wir dann aber auch gewinnen ja also es war eine ganz ganz schwierige saison wir hätten mit sicherheit besser werden wir da vollständig gewesen aber es war einfach schwierig dieses jahr ja ich glaube so ging es aber auch vielen mannschaften ja genau in einer landesverbände genau das gleiche ja da hast du recht lasst uns mal von vorne anfangen wie bist du denn zum tischtennis überhaupt gekommen ich habe fünf jahre älteren bruder kommen wir auch gleich noch zu und er hat gespielt ja ja ich war dann mit meinen fünf sechs jahren total geil drauf dann auch endlich anzufangen weil ich das immer gesehen habe ich fand es cool ja auch ab und zu mal bei einem spiel dabei gewesen dann von ihm ja und dann habe ich gesagt okay so weit ich darf will ich anfangen und ich meine sogar das erste training nach meinem siebten geburtstag mit dem ich dann eben eintreten durfte in den verein war ich dann tatsächlich auch im training und seitdem hat mich der spaß wieder losgelassen ja also bist du verrückt nach nach diesem sport quasi wunderbar gesagt zu deinem bruder kommen wir auch gleich noch zu und wie ging es dann weiter nach deinem siebten geburtstag also immer noch in der halle gewesen und wann hast du dann du hast ja schon für dich entschieden quasi den sport weiter zu machen aber so ein bisschen in die geschichte trainer tätigkeit rein zu gehen wann wann wurde dir das klar dass das eigentlich so ein bisschen dein ding ist aber das muss so mit so zwischen 13 und 15 gewesen sein irgendwann wie es vielen vereinen in den letzten jahren gehen so ein stück bei die die teilnehmerzahlen runter immer mehr vereine haben mehr probleme damit ihre ihre jugenden aufrecht zu erhalten und ich glaube bei den meisten ist es so dass dann irgendwann die eigenen jugendspieler irgendwann zu trainern werden oder zumindest mal zu zu aushilfskräften oder ähnlichem ja so war es dann für uns für die größeren stärkeren wie auch immer keinen trainer mehr stellen hat man dann geguckt dass man die kleinen irgendwie unterbekommt und wir hatten dann tatsächlich doch einfach bock zu helfen können wir irgendwas machen können wir uns irgendwie an ball einmal stellen oder sonstiges ja mit mit 14 jahren oder so wir waren damals auch gar nicht schlecht ich glaube ich muss so 1300 punkte um den dreh gehabt haben damals so derzeit was 1200 gewesen sein 1100 aber für die für die anfänger damals als absolut gereicht ja ja und dann hat man halt da ein bisschen mitgeholfen und es dann halt immer weiter ein bisschen ins trainer team reingerutscht bis und dann hat irgendwann mit mit 15 16 dann hat auch wirklich voll eingeplant wurde dann ja und so hat man immer mehr geholfen dann letztendlich ja wann hast du dann deine ersten scheine gemacht oder deinen ersten schein trainerschein tatsächlich erst jetzt vor einem jahr ich glaube im jahr war es einfach bedingt der zeit tatsächlich also ich habe es vorher einfach haben mir die termine nie reingepasst ja und entsprechend dann erst erst jetzt ja okay jetzt kommen wir mit holen wir den großen bruder mit mit ins spiel ihr habt eine homepage die heißt bessertischtennis.de ne genau erzähl mal was dazu wie kam es dazu was war was ist das unsere homepage konkret jetzt meinst du oder wie ja oder wie generell wie es dazu kam und daraus ist da dann die homepage natürlich entstanden wie es dazu kam war eine ganz witzige geschichte erzähl ich selbst war ja dann entsprechend wie ich gerade eben erzählt habe im heimatverein dann eher als jugendtrainer immer tätig und ja ich wollte immer so ein stück weit ins aktiven ich bin jugendtraining rein ich finde jugendtraining auch mega cool aber ich wollte einfach auch mal was neues ausprobieren und entsprechend einfach mal bei den erwachsenen aushelfen und habe das so mittel und wege gesucht sagt man so ich habe dann ein verein den ich vor zwei oder drei jahren übernommen habe im rahmen des studiums dann habe ich irgendwann gesagt hey jungs wisst ihr was ich hätte bock auf den lehrgang darauf auch bock so einfach mal ich will mich ausprobieren hätte die lust teilzunehmen ja einfach weil damals auch viele von den erwachsenen dann auf mich zu kamen gesagt haben hey ich habe hier und hier das und das problem wie könnte ich das besser machen oder hey dieser schlag kommt nicht was mache ich denn falsch und da habe ich dann ein bisschen das potenzial gesehen hat dann gesagt okay jungs wie wäre es mal ein wochenende habt ihr lust dazu kam es dann auch ich habe dann mit einem Mannschaftskollegen gemeinsam der jetzt auch in bessere tisch hin ist immer mehr reingerutscht ist dann einen lehrgang veranstaltet und ab dann so meine ersten erfahrungen gesammelt ja und ab daneben bei mit instagram gestartet weil ich dachte okay das ist mega cool leuten da zu helfen da ist auf jeden fall potenzial leute wissen nicht wo sie irgendwie ihre information herkriegen soll richtig und nebenbei dann halt noch instagram ja bis dann irgendwann mein bruder auf mich zukam ähm und sagt hey joelle ich habe ich habe eine geile idee dann sage ich okay dann sagt er ja aber lach jetzt nicht man ich muss dazu sagen mein bruder hat ja früher Tischtennis gespielt hat aber schon nicht aufgehört also ich glaube der mit 15 16 hat er aufgehört damals okay zehn jahre her ähm und 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 ja kam dann auf mich zu und sagt er hat eine idee dann sage ich okay dann schließ mal los ja aber lach jetzt nicht ich sage ja okay ja ich will einen onlineshop machen ja okay warum nicht ja für Tischtennis und sage ich ah okay wie kommt es dazu ja ich habe ein bisschen überlegt ich habe einfach bock irgendwas zu machen ja und ich dachte Tischtennis ja erkenne ich mich noch ein bisschen aus ähm musst du mir dann ein bisschen sagen was noch so aktuelles und so meine ja und und dann sage ich ja coole idee und dann habe ich gesagt du pass auf das mache ich schon ähm das wusste er noch gar nicht so dass ich schon ähm er wusste dass ich einen zweitverein habe aber noch nicht dass ich äh schon mal erwachsenen training gegeben habe oder ähnliches ja so dann habe ich gesagt guck mal her ich habe auch hier schon instagram das und das äh poste ich und veröffentliche ich und veröffentliche ich und so weiter und so fort haben wir gesagt okay jetzt gibt es zwei möglichkeiten entweder wir machen das ding zusammen oder machen es halt getrennt ja und ziehen es ein bisschen gegenseitig hoch am ende war es dann äh besser Tischtennis als zusammen ähm als gemeinsames projekt und das ist es auch bis heute noch und ja wir wir arbeiten uns so langsam äh stück für stück vor jetzt ähm auch den den online shop eröffnen mit dem er ja starten wollte dann äh zu unserer gründung november 20 glaube ich ähm ja und sind jetzt dabei uns immer weiter zu entwickeln da immer neue neue sachen zu implementieren aber instagram ist dann doch ein bisschen äh höher angesetzt wie der wie der online shop momentan oder also ihr macht oder du machst mehr auf instagram momentan ich mache mehr auf instagram genau einfach aus dem aus dem fakt heraus dass ich ja dann doch länger und und noch ja aktueller im tischtennis aktiv bin einfach ähm ja ist das dann quasi mein mein job und der online shop ich würde gar nicht sagen dass der geringeren stellenwert hat ich würde eher sagen der ist ja seit zwei wochen online und ähm ich habe tatsächlich äh noch nicht die zeit gefunden jetzt auch gerade bedingt der äh infektion ja ähm dann das ganze auch ein bisschen zu promoten um mich da äh darum zu kümmern ja genau ähm was versuchst du oder versuchst du immer einmal die woche ein video bei bei instagram hochzuladen ähm oder wie wie sieht da die planung aus es kommt immer drauf an es ist immer so äh phasenweise muss ich gestehen ähm ich habe mir schon oftmals ganz andere ziele gesetzt ähm auf instagram ja wie es dann so ist kommt zu der umsetzung dann meistens doch ein bisschen anders ja ähm eigentlich ist das ziel äh dreimal die woche ein video zu posten für mich persönlich dreimal dreimal genau okay ähm das haut mal besser hin das haut mal äh weniger gut hin ähm es kommt immer drauf an äh was steht jetzt äh gerade im hintergrund an der besser zu stimmen das hatten wir ganz viel mit neuem logo neuer homepage äh online shop ähm ähm nordlich das mentalste haben wir gemeinsam gestaltet so ähm ist auch ganz viel arbeit im hintergrund äh die man so glaube ich auf instagram nicht ganz wahrnimmt richtig und und dann haut es halt mal hin mal nett ähm ich studiere ja immer noch nebenbei das darf man auch nicht vergessen nebenbei okay ja ich studiere noch hauptberuflich sagt man so okay ähm das darf man nicht vergessen ja und auch da gibt es mal prüfungsphasen oder oder ähnliches einfach phasen wo viel los ist jetzt kam halt entsprechend letzten wochen nix ähm das wird sich jetzt wieder ändern ja also wer wieder videos erwartet kann sich jetzt zumindest mal auf zwei videos die woche äh denke ich wieder freuen okay ähm ich habe auch gesehen gerade weil wir noch mal über die videos sprechen ab und zu machst du ja auch einen aufruf also so nach dem motto ey jungs äh was interessiert euch was äh worüber sollen wir mal sprechen aber wie kommst du machst du dir sonst über die themen alleine gedanken mit deinem bruder zusammen oder wartest du wirklich auf das feedback von den followern äh es ist so eine mischung aus allem zusammen würde ich sagen ähm da ist eigene ideen wo ich sage hey das sehe ich einfach das problem ähm das muss man jetzt mal irgendwie ansprechen warte mal siehst du siehst du das problem dann weil du im training direkt bist und siehst er jetzt spieler x spieler y und spieler z macht an drei tischen den den gleichen fehler oder wo wo siehst du dann äh wo du sagst das problem zum beispiel zum beispiel ja ähm aber das muss auch gar nicht müssen gar nicht solche sachen sein es können auch ganz übergreifende sachen sein wie jetzt äh aufwärmen im tischtennis ein thema da schreckt glaube ich jeder zurück ja in unserem sport was eigentlich eine katastrophe ist wenn man das jetzt mal so sagen darf ja richtig hast du recht ja so ja und ähm entsprechend gibt es da ganz ganz viele themen immer wieder ansprechen kann die man dann so einfach wahrnimmt ähm und dann einfach mal ansprechen will ja manchmal hat man auch einfach keine idee das kommt auch mal vor dann macht man so einen aufruf mal ja ähm in der hoffnung dass sich da ein paar melden manche manchmal es ist mehr manchmal bisschen weniger rückfältung ja auch normal ja so manches kann man auch leider auch gottes gar nicht so einfach umsetzen in so videos was da ähm kommt was zum beispiel was 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 kam mal rein wo du sagst popf umsetzen hast du da irgendwo ein beispiel so spontan jetzt tatsächlich nicht aber ich erinnere mich zum beispiel auch noch eine zeit wo mich so glaube ich auf instagram noch gar nicht gezeigt hatte wer bei mir ein bisschen weiter runter scrollt kann sehen früher hatten wir nur so also ganz früher sage ich jetzt mal nur ein einfaches bild mit einem thema und und drei vier stichpunkten da drunter irgendwann kann ich das so karussell post wo man so durch swipen konnte ähm da kannte man mein gesicht äh zu besser zu stellen das noch gar nicht ja ja ähm und erklären sich in dem video halt dann doch ein video zeigen ja man kann man kann zwar so ein so ein top technik fehler rückern topspin post machen und sagen ja meist ist der ellenbogen äh zu weit hinten und man steht falsch und keine ahnung ja so aber fragen mich dann oder haben mich damals dann auch gefragt ja was was heißen das jetzt genau ja richtig und und sowas ähm war dann damals der fall sowas aktuelles muss ich aber gestehen habe ich jetzt gerade tatsächlich äh gar nicht aber es kommt auch mal vor okay was einfach schwierig ist ja in der tat muss ja immer wieder neue ideen muss jetzt was du gerade sagt ist in einer dreiviertel stunde oder gehst du runter in die halle machst dann wieder ein video wie lange dauert das denn so ein video da bis du das hochlädst wie viele stunden investierst du da ist unterschiedlich tatsächlich also es gibt es gibt tage ähm da da verplapper ich mich wie am fließband ja und dann hängt man halt allein schon eine halbe stunde daran so ein blödes video einzusprechen ja ähm es gibt auch tage da funktioniert es beim dritten versuch und dann hat man es in fünf minuten im handy und muss nur noch kurz die clips zusammenschneiden die übergänge rein dann ist es in einer halben stunde gemacht okay äh gibt auch äh videos die sind erst in vielleicht drei dreieinhalb stunden fertig es kommt auch ein bisschen drauf an wenn ich jetzt ähm ein mental stärke video macht wo ich drei vier einzelne clips aufnehmen die aneinander reiht dann geht es natürlich wesentlich schneller wie jetzt ähm eine übung am tisch oder ein technik video wo ich aus drei vier verschiedenen perspektiven ähm ein rohmaterial von 15 20 minuten aufnehmen wo ich die besten sehen dann eben äh mir rausschneide damit natürlich auch die ja ich sag mal annehmbarste technik ähm zum präsentieren da ist ich mein auch ich äh nach fehlender technik ja man will es dann halt aber doch äh mit am besten präsentieren irgendwie entsprechend sucht man sich dann halt auch mit viel liebe die besten stellen raus ähm ähm schneide die dann aneinander haut noch die texte unten drunter die übergänge ähm passt vielleicht noch was im licht an äh manchmal habe ich noch mal ein screenshot drin anderes videos sowas ist richtig es sind mehr arbeit genau ähm das ganze einzusprechen wenn es jetzt ähm ein übungsvideo ist oder ein technik video die spreche ich ja dann hinterher ein und nicht live ja da bin ich ja dann im spielen so ein video kann man auch gut und gerne mal drei dreieinhalb stunden mit aufnehmen mit schneiden ähm rendern pipapo äh dauern definitiv ja es kommt echt drauf an je nachdem genau dann hast du da dein zwei minuten video aber hast im prinzip äh nicht mal nicht mal ich darf nur eine minute auf instagram das stimmt ja eine minute stimmt stimmt richtig genau ähm du hast gerade angesprochen mentale stärke ähm wenn man in euren online shop reingeht da habt ihr den taschentrainer von nordlicht drin mittlerweile glaube ich fünf fünf verschiedene taschentrainer und ich glaube auf den letzten ich nenne ihn jetzt mal den letzten seid ihr so ein bisschen stolz ne weil da geht es um mentale stärke erzähl mal was dazu definitiv sind wir da stolz drauf ja ähm den haben wir gemeinsam ähm mit nordlicht tischtennis erstellt steht auch dann vorne auf dem cover drauf in kooperation mit besser tischtennis ähm ja was was soll ich sagen wir haben da jetzt viel viel im letzten halben jahr zusammengearbeitet ich und die antje von nordlicht ähm und das ding zusammen erstellt tatsächlich erzähl mal generell was was ist und was muss ich mir unter dem taschentrainer vorstellen was ist das im endeffekt ähm ich sag mal ein circa 35 äh karten starkes kartenset das kann man sich vorstellen wie so ein quartett ähm von der von der größe her wo man tipps zum äh training und und tischtennis findet in dem fall jetzt halt tipps zur mentalstärke und zur mentalträne ähm speziell bei diesem set jetzt ähm wir haben das ganze unterteilt in vier kategorien in selbstbewusstsein in fokus in oh jetzt lassen wir nicht lügen in wettkampfforbereitung ja jetzt gerade was warst du noch verdammt kommen wir später noch drauf kommen wir später noch mal dazu ja erinnere mich ich erinnere dich erzähl weiter ok hochspannende geschichte und dann äh kann man das durchgucken und findet da tatsächlich äh tipps zur mentalen stärke oder zum mentalträning und strategien zum mentalträning natürlich dann unterteilt in diese kategorien und äh für verschiedenste situationen ähm wenn man zu hause ist oder in der wettkampfforbereitung was mache ich in den zwei stunden davor vor dem spiel und was sollte ich vielleicht generell machen und was sollte ich in mein training dauerhaft implementieren was kann ich in der halle machen und was zu hause äh wir haben zum beispiel auch ein ganz cooles icon eingebaut wie ich finde ähm in den sets manche karten teilen oben rechts äh so ein trainer äh der dann sich präsentiert das ist dann das zeichen dafür dass man diese strategie äh eins zu eins so im training anwenden kann aber auch zum beispiel im jugendtraining anwenden kann wenn man sich äh sich zum beispiel äh ja wenn man zum beispiel auch selbst trainer ist und und für seine kids ein training plant also mega vielschichtiges äh set mit ganz vielen tipps und strategien wie man eben ähm ja einen kühlen kopf erwartet und auch bei neuen neuen offensation kann also mentale stärke ja ist ja nicht nur die geschichte jetzt für tischtennis da ist es natürlich extrem wichtig aber ja auch für ähm für das komplette leben irgendwo sage ich mal also auch ein stück weit äh da anwendbar wahrscheinlich ne also nicht nur ein stück weit überwiegend tischtennis natürlich ist klar ihr man fokussiert sich da ja drauf und und ihr als oder du als trainer und die antje ist im hat im hamburger tischtennisverband hilf mir ist sie jugendwartin also die ist auch komplett komplett ausgebucht auch hat auch den kopf komplett voll ähm da ist auch eine ganze menge bei bei ihr mit tischtennis die kann man alles sets äh von dem taschentrainer bei euch kaufen oder kann man im shop oder nur die mentale stärke ne äh wir haben alle sets die fünf ähm ja wie nennt man es ähm ich sage jetzt mal ein bisschen tischten spezifischeren sets und dann gibt es noch das set ähm zu den trickshots das haben wir auch noch mit drin ist insgesamt sechs sets ich sehe gerade in den kommentaren äh jugendwartin ja aber aber komplett beim 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 hamburger tischtennisverband also ähm schon oben angesiedelt das ganze ja äh wie ich weiß ja was ähm was kostet so ein set bei bei euch im shop wir haben uns an der uvp orientiert die liegt bei 11 euro 90 ok kommen noch versandkosten mit drauf die kommen bei uns oben ja okay äh wie hoch sind die äh unterschiedlich ich habe es gerade nicht ganz im kopf je nachdem wie viele man auf einer bestellt ja okay die ersten drei glaube ich für 1,60 wenn mich jetzt nicht alles täuscht ich habe es aber gerade ehrlicherweise nicht ganz im kopf aber auf eurer homepage besser tischtennis punkt de kann man äh das alles äh ja nachlesen nochmal und kannst dann natürlich genau da drüber darüber darüber man sieht es dann man sieht es dann sobald äh sobald das set im warenkorb ist meine ich ähm okay dann dann wird es angezeigt vielleicht sogar schon vorher ich müsste gerade muss gerade wirklich lügen ähm wie es aufgebaut ist ja aber ich habe es selber eingestellt okay also es ist auf jeden fall drin es wird angezeigt es ist drin ja das hatte ich das das hatte ich wirklich wirklich die äh sets gewogen und um dann quasi ähm zu sagen ab wann das wie viel kostet haben das dann eingetragen ja damit es dann noch alles passt okay ähm dann haben wir eine frage reinbekommen die äh geht jetzt erstmal über über dich privat und zwar ähm wo im moment achso da deine pläne ähm für die mittlere zukunft also da geht es jetzt um dich erstmal nicht um um den shop oder um besser tischtennis sondern um dich was hast du so in äh in der nächsten zukunft vor äh in erster Linie natürlich jetzt mal mein studium äh zu ende bringen äh wenn es jetzt nicht um besser tischtennis gehen soll sondern um privat ähm ich werde jetzt dann nach dem studium ähm den den berufseinstieg äh wagen sag ich mal ja ähm und mich dann wahrscheinlich an das äh bgm orientieren das heißt betriebliches gesundheitsmanagement ähm gesundheitsförderung was ich studiere konkret ist ein teil davon und dieses betriebliche äh interessiert mich da ähm ein bisschen mehr ein bisschen konkreter und genau dann gehe ich da nach dem studium rein äh guck mal wie ich Fuß fassen kann ja und äh werde mich dann nebenbei weiterhin äh auf tischtennis konzentrieren und will da dann ähm immer mehr den schwerpunkt äh drauf setzen sowohl mit besser tischtennis als aber auch äh privat ja ich bin auch jugendleiter im heimatverein da will ich dann ähm auch definitiv aktiver werden und äh meine kids äh dann im heimatverein ein bisschen mehr unterstützen ja okay jetzt geht es um besser tischtennis ähm wo siehst du in zwei jahren besser tischtennis oh das ist eine ganz ganz schwierige frage das ist eine ganz ganz schwierige frage weil keiner hat gesagt dass es leicht wird ja ja da hast du recht nee ähm das ganze ist ähm so dynamisch und es passiert immer irgendwas anderes ähm wir haben mit instagram angefangen oder beziehungsweise ich habe mit instagram angefangen bevor es überhaupt ein gewerbe gab ähm ja da war tatsächlich das ziel einfach leuten irgendwelche tipps zu geben die sie weiterbringen weil sie keine trainer haben ähm das war das erste ja dann haben wir weitergemacht mit äh mit tischtennis lehrgängen äh die wir dann angeboten haben und im sommer auch übrigens wieder äh anbieten werden wenn ich äh das kurz nutzen darf na klar ähm wo ist der wo was bietet ihr an erzähl komm ähm wir haben noch keine festen termine aber wir planen jetzt auch wieder ähm im großraum stuttgart ein bis zwei äh lehrgänge zu veranstalten im sommer je nach in den sommerferien oder oder wie kann es auch in den sommerferien sein okay äh je nachdem wie es wie es äh thematisch passt äh thematisch passt ähm ähm vom 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 datum her passt so rum ja vom zeitlichen her mit den vom zeitlichen her genau mit den anderen Trainern mit der Halle ja da müssen ja einige Faktoren zusammen äh passen je nachdem wie es da passt ähm aber ich denke tatsächlich dieser Zeitraum Juli bis äh August so vor der Saison ähm ähm ist eigentlich tatsächlich mit dem kann man rechnen ja definitiv Termine bei euch auf der Homepage und auf Instagram oder wahrscheinlich ne? äh ja auf jeden Fall ähm wie gesagt es ist noch nichts fest aber sobald äh fest wird kommt es auf jeden Fall auf die Homepage ähm und auf Instagram dann sowieso ja da haben wir glaube ich tatsächlich sogar noch eine etwas größere Reichweite wie dann äh über die Homepage ähm aber man findet es auf jeden Fall überall wo wir äh Kanäle haben sag mal so ähm ähm okay dann erzähl mal weiter jetzt haben wir ja so ein bisschen weggekommen äh genau wo wo siehst du es? ähm ja äh was ich sagen wollte dass sich das halt äh immer verändert ähm tatsächlich jetzt hatten wir äh viel viel Schwerpunkt auf den ähm auf den Online-Shop den wir jetzt tatsächlich auch noch äh haben äh ich sag jetzt mal ein Backoffice äh was man dann äh nicht mehr so mitkriegt wir wollen den Shop auf jeden Fall erweitern ja und um weitere Tischtennisartikel ergänzen und ja sind dann quasi immer auf der Suche nach nach weiteren Möglichkeiten was wir noch machen können ähm wollen letztendlich so eine ganze Plattform schaffen für Tischtennisspiele die dann äh ja wo man alles findet was man braucht und da gehen wir quasi Step by Step äh hin äh und der Online-Shop war jetzt der nächste Step dahin äh da sind wir auch sehr stolz drauf und sind dann quasi ähm und da sehe ich uns quasi auf diesem Weg die nächsten äh zwei bis drei Jahre wo es jetzt endlich landet will ich tatsächlich gar nicht festlegen weil es dann ja doch so unfassbar flexibel ist das haben wir jetzt schon in diesen ein, zwei Jahren gemerkt wie es besser Tischtenniss gibt ja also ihr habt jetzt so ein bisschen ähm ja beim Kind würde man sagen ihr habt es zum Laufen gebracht oder es fängt an zu laufen und dann mal gucken in welche Richtung es geht ne es fängt jetzt an zu laufen ja da hast du recht das Kind beginnt zu laufen ja ist ja auch eine spannende Geschichte natürlich äh wünschen wir euch da auf jeden Fall viel Glück auf dem Weg ähm gerne gerne wir werden es auf jeden Fall begleiten ne und dann gucken wir mal was was noch passiert aber ich habe noch eine andere Frage ähm hast du oder hattest du Vorbilder fangen wir mal an als als Tischtennisspieler hattest du einen Spieler als als Vorbild oder würdest du dich an irgendeinem orientieren oder sagen Vorbilder habe ich in dem Sinn tatsächlich sehr viele ähm erst mal nur 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 Spieler Trainer kommen wir gleich zu ja ähm ich ich beschränke mich da ungern auf auf eine Person sagt genau weil die hat alles ich picke mir immer so ein so ein bisschen was raus ähm stopp da kommen wir auch noch gleich zu da habe ich auch noch eine Frage okay sorry sorry deswegen wäre es jetzt wirklich erst mal nur äh wo du sagst so ein so ein so ein so ein Spieler Einzelner nicht Einen Einen nicht Tatsächlich Einen nicht Einen nicht Nein Keinen Einzelnen Es sind es sind viele verschiedene mit dann entsprechenden Eigenschaften Als als Trainer hast du da irgendeinen wo du sagst ja wäre schon cool Wäre schon cool den zu treffen oder oder was meinst du Ne so in diese Richtung zu gehen oder als als Vorbild halt so was der für für Visionen vielleicht sogar hat Ja auch aber ich glaube nicht im Tischtennis Nicht im Tischtennis Nicht konkret Aber wie gesagt ich suche dann halt immer so die einzelnen Sachen raus Da kommen wir nämlich jetzt zu Das ist auch eine spannende Geschichte finde ich Ähm Ich nenne das immer den idealen Tischtennisspieler Wer ist deiner Meinung nach Was glaubst du deiner Meinung nach Ähm Den besten Aufschlag im Welttischtennis Wo würdest du sagen Aufschlag Ja Jetzt höre ich dich Warte weg Warte jetzt Jetzt bist du wieder da ja Okay Ja bei mir kam gerade so ein Popup Ähm Okay Mit Limit Äh du warst heute schon eine Stunde auf Instagram Ich hab da ich hab da was eingestellt auf mein Mengi Das war jetzt natürlich ein blöder Zeitpunkt Kein Problem Ja Aufschlag Immer noch Aufschlag Der beste Aufschlag Ja oder wo du sagst Ähm Der wär's Der beste Aufschläger Das muss ich verstehen Für den Aufschlag hab ich jetzt glaube ich tatsächlich keinen Ich bewundere oft Scharoff Für den hier Ja und die Tiefe Die er da reinbringt in diesen Aufschlag Ähm Das ist jetzt so das Einzige Was mir gerade spannend einfällt Ähm Ich glaube aber Aufschlag konkret jetzt weniger Okay Vorhand Malon Ja glaube ich auch Ja Rückhand 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 Aufschlag Aufschlag Okay Ähm Fitness Fanzendong Würde ich Würde ich glaube ich Würde ich glaube ich sagen Äh solche Schenkel Ähm Der kann sich Der kann sich bewegen in einem Tempo Das ist der Wahnsinn Der hat selten Stress am Ball Der ist aber schon da ne Tatsächlich 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 ja Das ist Das ist echt Echt der Wahnsinn Ja Stimmt 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 Schöne Mensch Halbe Stunde Ähm Auch unser Limit ist ja schon fast vorbei Ähm Das ist ja Wahnsinn Wie die Zeit verfliegt Es geht immer schnell ja Ja es ist unglaublich Gerade wenn es Wenn es Spaß macht Und wenn es Wenn es interessant ist Ähm Dann Dann ist es wirklich Ähm Viel zu schnell Diese halbe Stunde vorbei Ähm Abschließende Frage Auch die ist reingekommen Ähm Und zwar Was macht einen guten Tischtennisspieler aus Was glaubst du Interessante Frage Ähm Ähm Ich würde sagen Die 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 Vollständigkeit Tatsächlich Ähm Also Tischtennis ist ein So vielseitiger Sport Und Und Jeder Sport hat so seine Seine Ähm Fertigkeiten Die er speziell braucht Aber ich Ich bin der Meinung Tischtennisspieler müssen echt Komplette Sportler sein Ja Du brauchst in Tischtennis Nicht nur Schnelligkeit Du brauchst auch wirklich die Kraft Du brauchst die Äh Ausdauer Da auch wirklich Gegebenenfalls Fünf oder sieben Sätze mitzuhalten Die Beweglichkeit vor allem Auch wenn man selber Nicht mehr schnell genug ist Mentale Stärke Haben wir angesprochen Ist ein riesen Thema Ähm Ja Solche Sachen Es ist ein brutal Feinmotorischer Sport Den es glaube ich So in der Klasse auch wirklich Nur selten gibt Ähm Da kommen einfach Ganz ganz viele Faktoren zusammen Und Ich glaube man Wenn man Wenn man nur diese Eine Stärke Im Sport hat Ja Merkt man im Tischtennis Dann vielleicht doch Dass es an der einen Oder anderen Stelle noch Vielleicht fehlt Ich glaube wirklich Die Die Klasse eines Zwischendensspiels Ist wirklich die Vollständigkeit Deswegen ist der Sport Wahrscheinlich auch so schwer Zu erlernen Ja auf jeden Fall Natürlich Und das liebe ich An dem Sport Die Komplexität Dass man auch nie Ausländer Dass es immer was Neues gibt Immer neue Strategien gibt Auch wenn es Die Kreisklasse C ist Wo man am Ende Wieder irgendwas Neues sieht Ja auch da Sieht man immer wieder Neue Sachen Egal ob in Bundesliga Oder in den Kreisklassen Das ist so Es ist so vielschädig Und das finde ich so geil Das finde ich auch Und vor allem Die spannende Geschichte Ist immer Dass du Dass du irgendwo Lösungen dann für findest Und dir dann wieder Was Neues überlegen musst Und genau das Was du sagst Das macht es dann Wieder noch spannender Man braucht ständige Anpassungsfähigkeit Ja Das stimmt Das stimmt Wir hatten ja auch Den Jörg Roßkopf Hier im Stream Mal Da ging es um Diese Rückhand-Bananen-Eröffnung Die ja international Auf Weltspitze Gar nicht mehr so oft Gespielt wird Weil er sagte Es gibt Lösungen Dafür Sie haben Lösungen gefunden Ja dann gibt es wieder Was anderes Also Und auch die Banane War ja erst die neue Lösung Für den Ich sag mal Klassischen Flip Genau Richtig Genau Richtig Genau Und da wird es dann echt spannend Da wieder was zu finden Was Ja du kannst das Rad Nicht neu erfinden Ist klar Aber Doch wieder punktuell Das Ganze so zu bauen Dass es wieder Spannend wird Und da fand ich auch Einen Satz Als Timo Im aktuellen Sportstudio war Ich meine Timo Boll Den kennt den nun jeder Der sagt mit Ich glaube mittlerweile Ist er 41 Sagt Ja jetzt hat er den Sport So verstanden Also das ist ja irre Also ich meine Er ist seit Jahrzehnten Internationale Weltspitze Und sagt Ja jetzt hat er den Sport Verstanden Wahnsinn Ja und das ist Und das ist Und Timo Boll Ist an der Stelle Tatsächlich auch Eins Was die Eigenschaft Angeht Ein wichtiges Vorbild für mich Dann speziell Für diese Sache Wenn ich nochmal Darauf zurückkommen darf Gerne Für sein Für sein taktisches Verständnis Für seine Coolness Und das ist ja auch Efter voneinander hören Wir standen schon in Kontakt Auch voneinander sehen Aktuellen Zuschauer Alles gut Deswegen nochmal Vielen vielen Dank Wir wünschen Allen die zugeguckt haben Und auch im Nachgang Frohe Oster Natürlich Euch natürlich auch Schöne Feiertage Eben so Dankeschön Genießt die Zeit Und ab in die Halle Gleich Ja Jetzt noch schnell was essen 20 Minuten Und um 8 Uhr geht's los Alles klar Schöne Mach's gut Vielen vielen Dank Ciao Mach's gut Sebastian Danke dir für die Einladung Gerne Ciao